Angesichts der zunehmenden Zahl von Coronavirus-Infektionen im Land verschärft Italien die Anti-Corona-Sicherheitsvorkehrungen. Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza unterzeichnet am Mittwochabend eine Verordnung, laut der sich Einreisende aus Großbritannien, Belgien, den Niederlanden und Tschechien einem Covid-Test unterziehen müssen. Derzeit werden bereits Einreisende aus Kroatien, Griechenland, Malta, Spanien, Paris und sieben französischen Regionen getestet. Die italienische Regierung hat am Mittwoch auf gesamtstaatlicher Ebene eine Maskenpflicht im Freien eingeführt. Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, muss mit Strafen zwischen 400 und 1000 Euro rechnen. Menschenansammlungen sind verboten, Polizei und Herr sollen die Einhaltung der Maßnahmen kontrollieren. Die Regierung verlängert darüber hinaus den Ausnahmezustand wegen der Corona-Krise bis Ende Jänner 2021. Damit hat die Regierung auch in Zukunft besondere Vollmacht im Kampf gegen die Epidemie. Die Regionen können die von der Regierung beschlossenen Anti-Covid-Maßnahmen zwar verschärfen, sie aber nicht auflockern. Die norditalienische Region Venezien will indes eine Vorreiterrolle in Sachen Schnelltests zur Feststellung von Coronavirus-Infektionen spielen. So finanziert die Regierung einen Schnellabstrich, mit dem man sich selbst auf Covid-19 testen kann, ohne auf medizinische Infrastrukturen angewiesen zu sein. Der Präsident Veneziens, Luca Zeyer, kündigt an, dass er hofft, in zwei Wochen soweit zu sein. Zeyer spricht sich auch für eine Reduzierung der zweiwöchigen Quarantäne aus. Zwar sei die Zahl der Covid-Infektionen in den letzten Wochen gestiegen, über 90% der Betroffenen seien jedoch symptomfrei und die Belastung für die Krankenhäuser sei gering. Zwar sei die Zahl der Bibel-Infektionen in der letzten Wochen gestiegen, über 90% der Betroffenen, über 90% der Betroffenen einzig sind. Zwar sei die Zahl der Betroffenen schon ein Schnellabbrecher, über 90% der Betroffenen nicht gestiegen können. Untertitelung des ZDF, 2020